Herzlich Willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Heutzutage beobachten wir ein paar tausend Supernovae pro Jahr. Das ist kein so großer Aufreger mehr. Aber eine Supernova, die kennt wirklich jede und jeder, der sich mit Astronomie beschäftigt. Und das ist die Supernova 1987a. Vorweggestellt, in der Nomenklatur ist ja immer das Jahr der Beobachtung. Und dann wird einfach der Reihe noch durchnummeriert mit ABCDE. Also war es die erste Supernova im Jahr 1987. Direkt vor unserer Haustüre in der großen Magellanschen Wolke. Und genauso bekannt wie das Phänomen selber ist die Frage, die uns jetzt seit mehr als drei Jahrzehnten beschäftigt. Was ist denn jetzt draus geworden aus diesem Vorgängerstern? Ist das eine Supernova hin zu einem Neutronenstern gewesen? Oder hin zu einem Pulsar? Oder hin zu einem schwarzen Loch? Oder wurde das Ding komplett zerfetzt? Gibt es vielleicht keinen Remnant, wie man es nennt, kein Überbleibsel? Oder ist es sogar einer dieser ominösen Quarksterne, die wir ja noch nie beobachtet haben, aber die es theoretisch auch geben sollte? Und da scheint jetzt endlich die Antwort gefunden. Und das muss ich Ihnen natürlich jetzt unbedingt erzählen. Die Geschichte beginnt am 23. Februar 1987. Der kanadische Astronom Ian Shelton, der hat einen furchtbaren Tag. Er ist dabei, für die Universität Toronto Beobachtungen zu machen, in der Wüste von Atacama, also Chile. Jetzt werden Sie sofort denken, ja, ein Very Large Telescope. Nein, das ist noch gar nicht gebaut. Wir sind lange vor dieser Ära. Das Teleskop hieß Las Campañas. Egal, was der liebe Kollege jetzt hier versucht und macht und tut, nichts will ihm gelingen. Sollten Sie den Ian irgendwo mal treffen, lassen Sie sich die langen Version der Geschichte erzählen. Er kann das viel besser als ich. Ich mache es kurz. Alleine schon, als er hinkommt zu seiner Nachtschicht, da muss er vor dem Teleskop noch so eine Wand aufziehen, um dann ein freies Sichtfeld zu haben auf den Himmel. Und auch das klemmt natürlich, will nicht gelingen. Er kann das dann endlich mit viel Mühe provisorisch festmachen und endlich ein paar Bilder schießen. Aber eine größere Windböe, die dann die ganze Tür wieder zuknallen lässt und dieses Schiebetor wieder aus der Arretierung bringt. Also er hat die Schnauze voll, gestrichen voll von diesem Tag und sagt sich, jetzt ist Schluss mit Lustig. Ich gehe jetzt runter ins Labor, entwickle die paar Aufnahmen, die ich gemacht habe und dann lasse ich es gut sein. Und dann sieht er auf diesen entwickelten Platten einen hellen Punkt und denkt sich, der war doch gestern noch nicht da. Vergleiche ich das mit der gestrigen Platte. Okay. Also was macht man in so einer Situation als Astronom an einer Sternwarte? Man geht halt mal vor die Türe und schaut. Es war eh Zeit für eine Zigarettenpause. Er steht also dann unter freiem Himmel und schaut nach oben und sieht diesen hellen Punkt und überlegt. Und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Was er hier beobachtet, das ist eine Supernova-Explosion. In der großen Magellanschen Wolke vor unserer Haustüre. Er stürmt zurück. Vor lauter Aufregung ist er noch fast über die Treppe gefallen und klingelt die Kollegen raus. Hier ist eine große Beobachtung. Wir sind ja auch noch lange vor der Zeit, wo man noch E-Mails schicken hätte können an irgendwelche anderen Sternwarten. Wenn Sie das in der Originalversion hören, die sind dann noch 100 Kilometer gefahren, um dann noch eine elektronische Nachricht abzusetzen. Aber wie auch immer, die Supernova war entdeckt. Und damit war sofort die Frage auch nach dem Remnant geboren. Die Theoretiker hatten sehr schnell herausgefunden, da musste so ein 20 Sonnenmassen, vielleicht nur 17 Sonnenmassen schweres Objekt, ein blauer Überriese zur Supernova geworden sein. Ungefähr 20 Millionen Jahre hatte der nur auf dem Buckel. Das wissen wir ja längst. Diese dicken Brummer, die sind sehr verschwenderisch, weil sie Zyklen antreiben, die sehr, sehr effektiv hier Fusion betreiben. Hatten wir ja alles im Detail schon gesehen. Da erinnere ich an das detaillierte Video, wo wir auch den CNO-Zyklus mal besprochen hatten. Nicht nur das PP-Brennen, also die Fusion von Wasserstoff zu Wasserstoff am Beginn, dann über Deuterium, Helium-3, dann entsprechend zu Helium-4. Also die dicken Brummer leben kurz, so ein dicker Überriese war es wohl und der wurde hier zur Supernova. Der Massebereich war natürlich blöd. Mindestens 17 Sonnenmassen, da ist jetzt sowohl als auch möglich. Die theoretische Kante, die läuft so knapp bei 20 Sonnenmassen durch. Man sagt also, was unterhalb von 20 zur Supernova wird, das tendiert eher zu einem Neutronenstern. Um ein schwarzes Loch bilden zu können, müsste man eher oberhalb dieser Grenze sein. Aber das sind natürlich immer viele Einflussfaktoren, die hier eine Rolle spielen. Und so an der Kante ist natürlich blöd jetzt erstmal. Deshalb war jetzt auch lange Zeit nicht klar, in welche Richtung sollte man eigentlich gehen. Zehn Jahre später gab es den nächsten Aufreger, da hat nämlich diese Druckwelle, die immerhin mit einem Zehntel der Lichtgeschwindigkeit hier sich wegbahnt, die hatte eine Schicht von Staub erreicht, die der Stern lange vorher schon ausgestoßen hatte. So ein Überriese, das kennen Sie jetzt alle mittlerweile, seit wir ja Betay Goetze immer wieder besprochen haben. Der hat ein wildes Leben, da werden viele solche Winde geblasen, das heißt, da ist viel Staub und viel Zeug, was da hinausgedrückt wird. Und das ist jetzt relativ langsam unterwegs von diesem Ausgangsstern, den man übrigens Sandulek nennt, nach Nikola Sandulek. Und wenn jetzt diese Supernova passiert und die Druckwelle sich wegbahnt, dann ist die sehr schnell unterwegs, mit einem Zehntel der Lichtgeschwindigkeit, holt jetzt dieses alte Material ein, das wir ja bis dato nicht sehen konnten. Warum auch? Das ist ja hier nur Material, das Staub, der hier so vor sich hintreibt. Aber jetzt wird er von der Druckwelle getroffen, dadurch wird er angeregt, da wird ganz viel Energie hineingepeitscht in diese Schicht und dann beginnt die zu leuchten, dann sehen wir sie in verschiedenen Spektren. Ich zeige Ihnen, wie dieser Ring jetzt hier plötzlich beginnt zu leuchten. Man hatte mittlerweile auch gesehen, dass eine zweite Druckwelle, die um einen Faktor 10 langsamer war, wohl eher gespeist durch radioaktiven Zerfall, durch diese Energie, die hatte dann auch schon Bereiche illuminiert, da hat man auch erkannt, aha, das ist asymmetrisch, also da gibt es klare Vorzugsrichtungen mit Ringen und weiter draußen andere Ringe und damit war schon wieder ein Indiz zur Verfügung gestellt, um Rückschlüsse auf den Remnant zu schließen. Weil, wenn das Ganze asymmetrisch passiert, wenn es also eine Vorzugsrichtung gibt, dann muss es auch, Impulsehaltung, letztendlich so einen Rückstoß für das gegeben haben, was wir jetzt suchen. Davon lässt sich auch ungefähr schon mal erahnen, wo denn konkret so ein Remnant sich aufhalten sollte. Man hat also gesehen, ja, drei Jahrzehnte später hätte der so ein Zehntel Lichtjahr entfernt sein können von der ursprünglichen Position. Und jetzt, das finde ich wunderbar, sieht man das Zusammenspiel der beobachtenden Fraktion und der Theoretiker. Also jetzt wird wirklich der Ball immer wieder so hin und her gespielt auf der Suche nach einem Remnant. Mittlerweile haben wir ja natürlich ALMA, unsere Allzweckwaffe, wenn es jetzt um die Beobachtung von Staub geht. Und tatsächlich, also ALMA hatten wir einen eigenen Beitrag dazu gemacht, dieser Verbund von 66 Radioteleskopen in Chachnantor, in dieser großen Höhe in der Atacama-Wüste. Die wiederum haben jetzt einen Blob, wie sie es nennen, gesehen. Also einen Bereich, der wärmer ist als das umgebende Material. Und dieser Blob befindet sich genau dort, wo er sein sollte, wenn wir diesen Rückstoß betrachten. Das wirkt jetzt unscheinbar, wenn ich sage, dass dort der Staub auf unserer Sichtlinie 35 Kelvin hat, wo er ansonsten nur 20 Kelvin hat. Nur, man muss sich vorstellen, wie dicht dieser Bereich ist. Das heißt, da muss etwas im Zentralbereich schon sehr, sehr energiereich sein. Über 100 Mal so viel Energie emittieren, wie unsere Sonne jetzt. Um diesen dichten Bereich dann durchgängig wirklich um diese 15 Kelvin anzuheben. Also war wieder naheliegend, aha, da könnte sich ein heißes Objekt befinden. Sagt die Beobachtung. Spielt den Ball zurück an die Theoretiker, die überlegen sich, was könnte das jetzt konkret sein? Aha, da könnte aus den Simulationen, die wir auch noch ins Boot holen, nehmen wir noch die Information, dass hier durch dieses asymmetrische Verhalten, da könnte es großräumige Strukturen geben, die auf unterschiedlichen Temperaturen liegen. Da ist zum Beispiel jetzt auch denkbar, dass in Bereichen radioaktiver Zerfall viel Energie hineinspeist. Tatsächlich hätte man auf theoretischer Sicht ein Drittel dieser Energie rein aus einer Zerfallskaskade von Titan 44 zu Scandium 44 hin zu Calcium 44 rekonstruieren können. Das ist einfach nur ein Elektroneneinfall jeweils, also Beta Plus Zerfall, wer das mal genauer nachschauen möchte. Also die Theoretiker haben gesagt, ja, wir könnten euch da schon was zur Verfügung stellen, zum Beispiel Zerfallskaskaden, die würden so eine Energie liefern, dann hätten wir das Ganze aber großräumiger vermutet, das ist hier sehr lokal, es könnte also doch ein Neutronenstern sein, mit einer Oberflächentemperatur, die können wir euch ungefähr ausrechnen, da bräuchten wir so vielleicht vier Millionen Kelvin, dann kommen die Beobachter wieder und sagen, ja, schauen wir uns doch mal den nächstgelegenen Kandidaten an, in unserer Milchstraße, Cassiopeia A, ist jetzt zehnmal so alt, also 330 Jahre auf dem Buckel, aber ist schön nah, 10.000 Lichtjahre, 11.000 Lichtjahre, schauen wir uns mal an, wie es dort aussieht, aha, dieser Remnant hat so eine Temperatur von 2,8 Millionen Kelvin, der zu vermutende in 1987 A ist ja viel jünger, also lass es nicht zwei oder drei sein, lass es vier Millionen Kelvin sein, passt mit der Erwartung, die die Theoretiker hier ins Feld geführt haben, und so spielt man den Ball hin und her und grenzt immer weiter ein, hätte es jetzt ein Neutronenstern sein können, dann ist ja sofort die Frage, ist es vielleicht ein Pulser, dann sagen die Beobachter, ja, okay, wir sehen jetzt hier nichts im Radiobereich, also wenn es ein Pulser wäre, würden wir Radiostrahlung erwarten, wenn nicht eher Röntgenstrahlung, beides steht jetzt nicht wirklich zur Verfügung, ja gut, das Medium ist natürlich optisch sehr dick, dieser Staub für diese Wellenlängenbereiche, also entweder warten wir einfach noch ein paar Jahrzehnte, bis sich der Wellenlängenbereich ein bisschen gelichtet hat, der Staub, okay, oder wir bemühen wieder die Theorie, über die Jahre wurde dann auch die Masse des Vorgängersterns immer besser bestimmt, man kam immer näher an die 17 Sonnenmassen heran, also in den unteren Bereich der ursprünglichen Abschätzungen, dann war dieses Szenario mit schwarzem Loch immer unwahrscheinlicher geworden, zu den letzten Beobachtungen hätte es auch kaum mehr gepasst, also die Sache, die hatte man immer weiter, die Wahrscheinlichkeit konnte man immer weiter drücken und dann kam natürlich das Very Large Telescope mit ins Spiel und da gibt es jetzt moderne Spektroskopen mittlerweile, Sinfonie, Sinfonie kann jetzt etwas, das erlaubt ein dreidimensionales Bild des Geschehens, das ist Integralfeld Spektroskopie, wir bestimmen also nicht nur Punkte, quasi so ein zweidimensionales Bild, sondern zu jedem Punkt bestimmen wir ein zweites Datum, nämlich über die Dopplerverschiebung aus diesen Linien, die wir sehen, auch noch eine Richtung, jeder Punkt bekommt zusätzlich eine Richtung, eine Bewegungsrichtung und jetzt muss ich nur noch wissen, wann war denn ungefähr das auslösende Moment für diese Bewegungen, wann war die Supernova, dann kann ich das Ganze zurückbilden und mir von dem Geschehen ein dreidimensionales Bild machen, das ist das, was Sie hier eingeblendet sehen und das ist natürlich wieder Nährboden für neue, bessere Bestimmungen dieser Parameter und so macht man diesen Pin Down, also immer mehr, man drückt die Wahrscheinlichkeiten immer weiter runter, runter, runter in diesen verschiedenen Bereichen und kristallisiert dann immer schmäler einen Peak der Wahrscheinlichkeitsverteilung heraus und das ist jetzt im Augenblick tatsächlich ein Neutronenstern, das scheint der Remnant zu sein. Der Jüngste, den wir jetzt hier jemals beobachtet haben, das ist natürlich eine interessante und tolle Sache, deshalb möchte ich es jetzt unbedingt erzählen, das ist natürlich spannend jetzt, was sich da noch alles ergeben wird, in das Bild mit dem Neutronenstern, da passen auch sehr gut die Neutrinos, die wir beobachtet haben 1987, immerhin ein Dutzend, ich sage jetzt nicht, wie viele sich vor Ort auf den Weg gemacht haben, bei so einer Supernova, das fällt unter die Theoretiker-Schweigepflicht, aber die Kollegen von der beobachtenden Seite, man muss ihnen zugute halten, 87, da hatten wir natürlich noch nicht diese Möglichkeiten wie heute, mit einem Ice Cube beispielsweise, da werden wir viel besser aufgestellt sein, um in Zukunft dann bessere Beobachtungen auf der Neutrinoseite zu machen. Wo sollen die überhaupt herkommen? Naja, wenn es Richtung Neutronenstern geht, die Neutronen müssen sich ja irgendwie bilden, jetzt sagt man gerne, weil es sich so schön erklärt, dass Elektronen in die Protonen hineingequetscht werden und dann entstehen Neutronen, in Wirklichkeit ist es natürlich eine Zerfallsreaktion, wir haben nur die schwache Wechselwirkung, die hier in Frage kommt, üblicherweise zerfällt jetzt in unserer Welt ein Neutron, weil es schwerer ist als ein Proton, also ein Neutron in ein Proton und ein Elektron und dabei wird ein Anti-Elektron-Neutrino freigesetzt. In diese Richtung verläuft die Kaskade, weil dabei eben Energie freigesetzt wird. Wenn ich die Energie aber extern hinzufügen kann, weil ich mich in einer Supernova-Explosion befinde, wo unglaublich viel Energie zur Verfügung steht, dann kann ich den umgekehrten Weg gehen, dann können also Protonen und Elektronen zu Neutronen werden und das Anti-Elektron-Neutrino von der rechten Seite der Gleichung, das schaffen wir auf die linke Seite, dann wird eben aus dem Anti ein Neutrino. Wir haben also ein Neutron und ein Neutrino, die entstehen aus einem Proton und einem Elektron. Die Neutronen, das ist das, was dann den Remnant ausmacht und die Neutrinos verschwinden, wie wir das kennen von ihnen. Die sind dann auch früher bei uns, das heißt, auf diese Rennstrecke von 160.000 Lichtjahren Entfernung zur großen Magellanschen Wolke, da machen die ungefähr drei Stunden Vorteil gegenüber den Photonen heraus. Wie soll das gehen? Natürlich sind sie nicht schneller als die Photonen, da sind wir schon lange drüber raus, sondern sie machen einfach einen Frühstart. Sie setzen sich früher ab, weil sie kaum wechselwirken. dieses extrem dichte Tohuwa-Bohu einer solchen Supernova-Explosion, da sind die Photonen gefangen in diesem Materieball, während die Neutrinos entkommen. Dadurch sind die schon längst unterwegs und weil sie eben fast Lichtgeschwindigkeit haben, schaffen es die Photonen, die sich Stunden später erst auf den Weg machen, dann doch nicht mehr, die dann rechtzeitig einzuholen, bevor sie bei uns auftreffen. Übrig bleibt ein Neutronenstern, der aber jetzt nicht wie ein großes Neutron sich darstellt. Das ist also nicht reine Kernmasse, sondern da hatten wir ein eigenes Video mal dazu gemacht, das halte ich kurz. Das Ding hat mindestens zehn Kilometer Radius und außenrum so 100 Meter eine Kruste etwa, da ist noch viel Materie da, da sind Eisenkerne vorhanden beispielsweise und erst innerhalb, der Druck steigt dann sehr stark an, wird es super fluid, da sind dann Neutronen unterwegs und jetzt wird es eben spannend, noch weiter drin, da wo wir jetzt schon hundertmal die Dichte eines Atomkerns haben, da vermutet man eben freie Quarks. Hatten wir ja auch schon gesehen, dass es so eine asymptotische Freiheit gibt, wenn man hier genügend Dichte erzeugt, genügend hohe Energien erzeugt, dann könnte hier ein Quark-Gluon-Plasma vorliegen, dann gäbe es auch Strange-Quarks hier, das wäre eine ganz wilde Kiste. Dann würde man von einem Quark-Stern reden. Jeder Neutronenstern könnte so ein inneres, einen Zentralbereich haben aus einem Quark-Gluon-Plasma, aber wenn jetzt der Druck steigt, 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 immer Richtung dieser Grenze, wo es dann hingeht zu einem schwarzen Loch, dann könnte dieser Anteil größer, größer werden in diesem Phänomen und wenn der dominante Bereich dann schon aus einem Quark-Gluon-Plasma besteht, dann würde man es irgendwann den Quark-Stern nennen und okay, wir haben noch nie einen gesehen, aber theoretisch ist das denkbar und das wäre natürlich ein Riesenaufreger gewesen, aber da sind wir noch nicht gut genug, um das zu separieren, wir haben eben wirklich noch keinen Präzedenzfall, an dem wir uns da kalibrieren könnten, also die Geschichte wäre mir dann da jetzt an dieser Stelle doch zu wild, da sieht es dann doch mehr nach einem, das ist der aktuelle Stand, nach einem Neutronenstern aus, der sollte so 1,22 bis 1,62 Sonnenmassen haben, passt gut in die Theorie, weil wir unterhalb dieser theoretischen Grenze sind, da gibt es ja ähnlich wie Chandra Seca bei den Weißen Zwergen, so gibt es auch hier bei den Neutronensternen eine Grenze, man nennt sie die Tollmann-Oppenheimer-Wolkow-Grenze, nach diesen drei Herren, die das berechnet haben, da dachte man lange Zeit, das könnte bis hochgehen auf drei Sonnenmassen, aber mittlerweile, wenn man die Rotationen alles mit einbezieht, ist man eher so bei 2,2 Sonnenmassen als Obergrenze, ist nicht so scharf gezogen, jetzt die Linie, wie wir das vom Weißen Zwerg erkennen, aber wir sind gut drunter, also das würde alles wunderbar passen. Diesmal fällt es schwer, eine konkrete Publikation herauszugreifen und es daran aufzuhängen, weil es einfach eine ganze Reihe von Beobachtungen ist, die sich wieder verquickt mit theoretischen Betrachtungen, die Beobachter, die haben schon im Dezember letzten Jahres publiziert und dann kam eine ganze Reihe von theoretischen Arbeiten jetzt bis hin zum 1. August, da erschien noch mal die letzte, ich stelle einfach diese Originalpublikationen wieder als Links hier ein, dort wo wir sie diesseits der Bezahlschranke finden können. Auf unserer Webseite verlinken wir ohnehin immer weiterführende Kommentare, Helmut sei Dank, der kümmert sich um diese Sachen, schauen Sie also gerne auch mal in unser Team hinein auf der Webseite, wer ist denn da eigentlich hinter der Kamera, wer leistet diese zusätzliche Arbeit, wer schafft diese Recherche für weiterführende Informationen für Sie. Freuen wir uns also drauf, was wir in nächster Zeit noch alles erfahren werden über diesen ungefähr 25 Kilometer ausgedehnten Neutronenstern mit einer Temperatur von ungefähr 5 Millionen Kelvin. Das ist der jüngste Remnant, den wir haben und der liegt so nah, dass wir wirklich die Chance haben hier diesen dichten Staubbereich gut zu analysieren und da immer mehr rauszukitzeln über das Ding. Und was lernen wir jetzt überhaupt? Abgesehen von der Astronomie für unser tägliches Leben von der Supernova 1987 A. Ich erinnere an den Kollegen Ian, der diesen katastrophalen Tag erlebt hat, an dem alles schief gegangen ist, was irgendwie nur schief gehen konnte und im Nachgang betrachtet war es doch der erfolgreichste Tag seiner gesamten Karriere mit der größten Entdeckung, die er jemals gemacht hat in seinem Leben. Und daran muss ich manches mal denken, wenn bei mir so Tage kommen, wo irgendwie nichts passen will, wo alles schief zu gehen scheint, da habe ich manchmal so das Gefühl, heute wäre ein gutes Timing für die größte Entdeckung meines Lebens.